willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt play kingdom h2 final mixer in der letzten folge haben wir den floss der nostalgie hier betreten wir müssen den eckstein finden der im schloss disney ist und ja dem ist mal hier in der vergangenheit finden damit da ja wir müssen carl müssen aufhalten dass carl irgendwas mit den eckstein macht bevor das schloss gebaut wird und ja da machen wir den eckstein gelaufen also einer von den carlos jetzt nehmen wir uns sehen wir euch nicht da war im gegenstand da ich will ausrechnen da ist doch alles okay sind ein paar auto aber gar nicht war an vielleicht mal nach ja der kampf ist verdammt einfach schön kämpft bevor carl und kommt und ja bis dahin kommt er dauert eine ewigkeit also also das wäre es mal zeit die ganzen sagt mir einsamen ich vergesse auch mit müll auf mich zu werfen verhandelt mein gott boink 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 mehr weil ich mach annähernd irgendwann mal davor ich denke zu verlassen oh nein 2 kommen los er war locker er schon leicht tot geht aber auch schlusser gar nicht meine güte phantasia limit fähigkeit glaube ich die schlitzer rolle oder fahren und glaube ich einfach kann sage ich doch ich habe den kaputt machen also ja sobald mit dem ding was passiert ist ja nur die ganze zukunft man hat noch mal hier in gefahr aber trotzdem dass das war ja da es pri oder dingens und tja also limit fern bin ich jetzt nicht karte mal zeigen und ich genug den ganz ab ist ein angefangen finde ich gegner aus wenn man das hier weg weil sie die bescheidung ist die fähigkeit also das wäre ich wegen schmetterling auf die gegner los gegen heute sehr gestört hätte dort ein abitamin geben hat vertreten da war ich jetzt hier schon an jeden ort ja okay wird dann gibt es ja keine schätze karlow gegen karlow gewinnt war schon ist es karlow ist er so ein weicher in der vergangenheit der drücken probleme er ist am jammern dann sind wir wissen die mit der vergangenheit so kann den absender einfach draufhauen da kann man so gut die sagen was das hat gesagt wird es sie hätten wird es sie hätten dann haben es war diese kronen kommen mit bekannten vorfang händchen jugger der macht ich bin auch da allein da war man schon mal ein feuer ich lass nein machst du da du kommst du fernst wäre jetzt lacht er mein gott jetzt nicht was hat sich auf den schmeißen combo ich kann gar nicht machen das ist ein angehen mann bescheidig haben wir beschreibt man nicht gut natürlich ich habe ihn ja wenn man immer dreckung schön bin ich auch machen das war da ich da wie ein blöder drauf Oh und reflex element und gucki trompe nicht das schwer habe ich auch viel gerät im kampf ich habe irgendwie so gefühl nicht ja türen schlüssel ich weiß wer geht ist nicht das erste mal ich natürlich auch weil ich gefragt habe was ist das dass ich das zum ersten mal gesehen habe so ist die verlorene ja somebody tell me what's been going on here who was that creep anyways hello that creep was you from the future that's a secret secret what kind of secret god never mind sorry i put you guys to all that trouble show you my appreciation i'll let your pilot my steamboat best little craft on river my deck and mickey's lady manche erst frage aus wiki war mein boot das habe ich eine zähne genau mit der maus sind aber aus und monochrom wird die im feld von kampf eingesetzten items langweilig stärker bezeichnet damit ich bin es auch keine items ich will die berühmung vermissen erzeugt in die welt der farbe muss ich meine augen jetzt mal ein paar gewöhner dort sind immer da nicht Ich glaube, das wird Was hat sie überhaupt für eine Positionen Ich weiß, dass es eine wichtige Mission ist, aber du kannst auf jeden Fall Okay, ich kann es nicht mehr sagen, ich kann es nicht mehr sagen. mein dinge linge linge und vibriert und da kommt nicht raus noch eine welt abgeschlossenen schloss disney und der fluss mein gott so ist das lande teil der fluss der los ag haben auch geschafft ich habe ja gesagt ich will dingens die blöden verlorenen seiten später machen und nicht alle ab weil sie hat so produktiv ist aber natürlich schon schaffen also auch nicht ich habe ich bekomme daisy we need donald for just a little longer how much longer um well i'll be back home desi don't you worry queen minnie will return please tell the king that we're still schloss disney weisen vorn benutzer als command drive und ich dann als kraft in die weisen von zu wechseln geil wir haben neue vorhaben da kommen jetzt weiter acht becken gummi jet mission und vielleicht machen da passt neu in dem party rein aber jetzt weiter alles klar eine neue episode wohin zugrunde da machen wir aber noch nicht sofort gehen wir erstmal durch den brandungskanal aber wir machen erstmal die nächste welt und dann machen wir den ganz hier jetzt können wir in der arena hier machen ja und ja ich glaube ist mal so recht knapp mit dem level ja deswegen machen wir erstmal was anderes auch wenn da wohl drei das hat ja immer noch mehr waffen wenn man den falken im blue falken der ente hintende nein quatsch aber es wäre cool ich glaube den falken nach dabei meine idee wenn ich zeit und bock hätte dafür aber schauen jetzt muss ich noch nicht auf screen irgendwas machen ja ja habe ich auch noch nicht gibt gummi aha steht da weiß ein gummi jet ist oh mein gott geht schon wieder sehr geil los da bin ich von jedem ist jetzt irgendwann so ein schild oder so ich weiß noch gar nicht so schön wie man nehmen kann aber du kriegst die medaillen der will nie hoch ich weiß jetzt meine einladung einfliegen da sehe ich auch da an er hat er getroffen von den dreck ja ich hätte von jedem ist getroffen ich noch nie medaillen der will auf maximale stufe und das meine ganzen schätze ja ja hat ich getroffen die medaillen der will hat es so dazu sachen kann auch freigeschalt werden also schiffe glaube ich bei link mit dem kurs zusammen ich weiß es nicht schon zu lange und diese ganzen details von dem schiff bei den ich h war 12 saugut oder 13 dieser eine organisation immer bekämpft sind und weg mit ich verschwindet ich meine zeit ich glaube man muss irgendwann kriegt man stellt ich weiß ja gar nicht auch an mann blödes wissfähig ja ich muss ein paar schätze geschafft dass der verstand fahrt gescheitert ja noch besser gewesen wenn der will vier vier bitte oder drei auto konnte nein da fehlt ja noch hat aber wird ein bisschen kürzer der part hier ist noch die nächste mission und dann wäre schon wieder weiter ein bisschen erst recht ganz schnell hier in dem spiel schon wie viele welten ja vier gemacht ein satz fliehen treibende achse wir sind erst wollte nicht art 24 ist das jetzt ich habe sie war 20 dann geht auch locker ich will das so winken damals 1 du hast viel werfen ja damit lassen den ganz hier nennt man die mini jet ging damals 1 2 also dass jeden part irgendwie zwei level ich glaube jeder part irgendwie habe ich bekommen warum egal da rollen ja nutzt mich so oft wir sind viel da ist schon mal besser denn da diese dinger die kirchner nicht dauern dann weiß ich schon war für ein beschissenen flieger hältst du mich eigentlich ich kriege dazu dauernd da war perfekt erst mal konnte kleinzeug geschaffen jetzt die ja ich glaube ich habe nicht so viel zeit mit dem jetzt auch mal ich bin ein bewegung da habe ich habe gerade allein dabei dabei noch ein dreck denke ich aber nicht oder sagt jetzt hier noch warum ja dann kriegst du schon wieder propeller nicht habe ich viel zu wenig zeit ich werde ich meine zeit man ein habe ich schon verpasst ja ein sohn krebsen nennen ja sturm ich stürze auf die bayern auf das ding was normal ich freue mich schon wenn wir voll die überpowerten gummi jets haben und die ganzen dinger noch mal machen nein wenn ich gar gewesen bin dieser eine schutz den getötet hätte was das ja das war hat gesichert hat denn im wohnheim 25 34 35 was ist ja der vier ja die ganzen großen ja man natürlich nicht genau voll viel verpasst gott noch was hier in der folge geschafft so dass er abgeschlossen denn ganz mission abgeschlossen er könnte weiter als er ist vorher gehen wir dann hier nach atlantica was bei gm level 0 ist und hier ist das vorgegeben weil er will 20 pro jahr ich glaube nicht das ein ding schaffen vielleicht knapp aber mal lieber noch eine welt sind schafft dann ganz sicher die arena anstatt jetzt hier wieder 15 minuten zu verschwenden und ja dann würde ich sagen ich bin die partie ja um sie jetzt in der nächsten fall verletzt play king nummer zwei feier weg ich bleibe ich alles zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge